Toll. Irgendwie in der Art kommen wir da rein. Ich fühle es richtig. Na, wie genau? Ja. Hoffe, du bist jetzt glücklich. Ja, das sieht schon besser aus. Wusste ich's doch. Hier runterspringen soll es bestimmt nicht. Und ich fürchte, ich bin falsch. Ja. Ich bin falsch. Das gibt's doch nicht. Wieder runter. Das Feuer des Krieges frisst sich durch das Land. Und tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Aber ich sage, es ist eine Ehre, um den im Dienst mit Gottes zu lassen. Im Kanzel, das, woran wir glauben zuvor gesehen, und die Gäste von Ruma schießen. Super. Ah, da ist ein Turm. Kamera, komm mal her. Danke. Danke. So. Langsam können wir auch das Abtab machen, denke ich mal. Ja. Ja, acht von neun Aussichtspunkten schon mal geschafft. Ach, natürlich auf der anderen Seite. Mann. Au. Was mag ihn zu solchen Verhalten treibend? Gehen fort. Warum tut ihr mir das an? Was hab ich euch getan? Ich hole mir da den Kopf. Ich glaube, ich hole mir eher eure Köpfe. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Freunde also. Jojo. Ein anderes gleich in der Nähe. Super. Wir können tun, was uns gefällt. Wir haben falsche Lehren, Karate. Blasch, nehm ihn. Bitte, ihr tut mir weh. Du bist dein Nix. Dein Gott hat dich verlassen. Hilfe, ich brauche Hilfe. Bitte, bitte tut mir nicht. Ihr könnt nicht entkommen, Alter. Braucht ihr etwas? Wir brauchen keinen guten. Hilfe, ich brauche Hilfe. Bitte. Vorsicht jetzt. Ich hole mir deine Mischkürtchen. Ich bin ja so ein Schmeißer, also rückwärts. Doch, eh nach weniger. Au. Na. Du bist auch weg vom Fenster. Wer will nochmal? Der hat noch nicht. Kannst aber auch was anderes machen, dass wir mich schmeißen. Ha. Und jetzt du, komm. Du bist der Letzte. Au. Der will mich schon wieder schmeißen. Ich glaube, es hackt ja. So. Äh. Ach so, da. Da. War das der Letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert. Das vergesse ich nicht. Schön. Wieder ein paar Gelehrte. Super. Jetzt noch den Taschendiebstahl. Da sind wir glücklich. Da ist wohl wieder eine Stadt geschafft. Na ja. Eher ein Stadtviertel. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich gehe hier um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten. Oh. Templar. Du stirbst jetzt. Ja. Puh. Oh. Das muss weh tun. So. Jetzt ist er aber Ruhe. Ata. Bin fort mit euch. Ja. Super. Super. Das haben wir jetzt auch wieder aufgefüllt. Zu nah. Wenn die Wache nicht einschreitet, liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr vorschlagt, ist Wahnsinn. Aber notwendig. Wie viele mehr müssen verschwinden, bevor die Menschen sich erheben? Das geht uns nichts an. Noch nicht. Aber wenn wir weiter untätig sind, schon bald. Also, was schlagt ihr vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt. Ich habe alles auf dieser Karte verzeichnet. Er inspiziert sein Lager. Jeden Tag zur gleichen Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. So weit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Für wahr, das werdet ihr brauchen. Er wird kein Glück brauchen, denn ich werde es machen. Natürlich kommt er hier lang. Naja, dich verfolgt noch keiner. Ha, geschafft. Tja. Du hast einen guten Schutzengel gehabt. Glaub mir. So, und da noch der letzte Aussichtspunkt. Was ihr davon habt. Jaja. Ich hau ja schon ab. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Schreck mit dir. Okay, ich wage es. Das sei ja auch. Das sah ja geil aus. Hat er seinen Verstand verloren? Ach, da ist noch ein Kreuz. So. Ach, da stehen wieder ein paar Haufen Leute rum. Super. Dann klettern wir einfach hier rauf. Und enden wieder vor einer Wand. Au. Auch nicht. Auch nicht. An. Ja, das kümmert die wirklich. Super. Ich nicht. Ich mache eine Akrobatik-Show für die Zuschauer hier. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja. Sehen wir alle paar Minuten. Und hier können wir synchronisieren. Na dann. Machen wir das gleich mal. Denn weiter hoch können wir eh nicht. Alle Aussichtspunkte im Doppelviertel. Geschafft. Super. Informanten-Herausforderung. Flaggen. Boah. Ne, dann mache ich lieber noch die Bürger und die Informanten. Die können mich mal. Ich denke mal, es wird keiner wütend sein, wenn ich nicht alle Informanten mache. Au. Was denkt diesem an sich nur? Dafür breche ich mir sogar frei mit dem Fuß hier. Bingo. Schnauze. Was habe ich euch getan? Versucht es. Ihr Leben ist verwirrt. Komm. Ich danke. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Schön. Oh nein. Alles klar. Da ist auch noch eine Bürgerin. Super. Ist ja auch nur eine, die wir retten müssen. Dann ist die Stadt erstmal wieder geschafft. Dann flitzen wir. Oh. Okay. Haha. Ich bin wieder rausgekommen. Ah, da. Das willst du... Was hat das gerade? War das der Letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert. Das vergesse ich nicht. Was soll der Unfug? Sie sollten... Au. Mann. Na gut, der ist ja gleich in der Nähe. Alter, ihr. Ich habe mir Feinde gemacht. Al Mualim bat mich, den Sklavenhändler zu beschatten. Und das tat ich. Aber nicht gut genug. Er hat mich entdeckt. Und seitdem bin ich ständig auf der Flucht. Ich muss die Stadt verlassen, aber ich schaffe es nicht allein. Helft mir. Und ich teile mein Wissen mit euch. Okay. Ich mach's. Gottloser Heide. Au. Au. Alter, jetzt steh mal hoch. Ich bin nirgendwo. Ich bin nirgendwo. Ach, schön. Du glaubst, er stirbt! Na komm! Oh, Mann. Mann, das Feiglinge. Willst du lang? Ah, da lang. Okay. Das ist ja schon der Ausgang. Super. Vielen Dank, Bruder. Nehmt diese Karte. Sie zeigt Dalals Verstecke. Sehr nützlich, falls der Feigling flieht, statt zu kämpfen. Und so wie ich ihn kenne, wird er fliehen. Okay. Schöner Tipp. So. Jetzt reicht's aber auch. Habt ihr etwas zu sagen? Nein, hab ich nicht. Ich will nur Gas geben. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte gib eine milde Gabe. Ich hab keine milde Gabe. Ihr seht aus, als würdet ihr etwas zu tun. Nein, auf der Hut. So. Dann wäre Jerusalem auch schon so gut wie abgehakt. Nur das Attentat und dann... ...geht's in die nächste Runde. Das war gekonnt. Geh der Engel. Geh der Engel.